Warum du nicht das Leben lebst, das du eigentlich leben möchtest? Genau darum geht es jetzt hier in diesem Video. Ich bin Daniel Weinstock, Top Ten Trainer und ich habe eine Methode entwickelt, die Instant Change Methode, die ich dir hier näher zeigen möchte, die dazu führt, dass wir genau das, was zwischen dem, was zwischen unserem Ziel, also in dem Fall zwischen dir und deinem Ziel steht, wie du so etwas auflöst innerhalb von Minuten, ja manchmal nur in Sekunden. Gehen wir mal rein, was ist denn dafür verantwortlich, dass wir nicht das Leben leben, das wir eigentlich leben wollen? Oft ist es doch so, Hand aufs Herz, wir setzen uns Ziele, richtig? Und du hast bestimmt auch bestimmte Ziele, die du erreichen möchtest. Das können finanzielle Ziele sein, das können private Ziele sein, vielleicht auch in der Partnerschaft, das können Ziele in der Familie sein, aber auch die Hobbys, das können berufliche Ziele sein, du willst einen bestimmten Karrieresprung machen, du möchtest eine bestimmte Ausbildung noch machen oder ein Studium oder was auch immer oder möchtest einfach geschäftlich viel, viel erfolgreicher sein, mehr Kunden gewinnen, dein Unternehmen nach vorne bringen, was auch immer dein Thema ist. Wenn du im Leben nicht das hast, was du haben willst, dann ist doch eines so, dann steckt einfach zwischen dem, wo du gerade stehst und dem, wo du hin möchtest, eine, nennen wir es einfach mal, Blockade, okay? Wir nennen es jetzt einfach mal Blockade. Das kann natürlich sein, dass es etwas ist, was du noch nicht weißt. Das heißt, es gibt Dinge, die weißt du nicht. Nur mal als Beispiel. Du möchtest Online-Kunden gewinnen, hast aber keine Ahnung von Online-Marketing. So, dann ist es naheliegend, dass du Online-Marketing lernst, richtig? Oder wenn du mehr Kunden gewinnen möchtest und kannst nicht verkaufen, dann ist es naheliegend, dass du verkaufen lernst. Doch es gibt so viele Menschen, vielleicht geht es dir auch so, die alle Verkaufsseminare belegt haben, alle möglichen Online-Marketing-Kurse schon angeschaut haben. Du hast vielleicht schon viele Ausbildungen gemacht. Du liest die ganze Zeit Bücher. Du schaust dir die ganzen Videos hier auf YouTube von deinen Lieblings-Gurus an. Aber es verändert sich nichts. Und genau das ist der Punkt. Du hast viele Seminare besucht, viel gemacht, getan. Doch du bist noch nicht da, wo du eigentlich schon längst sein könntest, obwohl du weißt, was zu tun ist, obwohl du es auch machst und obwohl du in die Umsetzung gehst. Und genau darum geht es jetzt hier. Es geht mir nicht darum, dass wir jetzt einfach sagen, okay, gut, wenn du was erreichen willst, dann arbeite einfach mehr, was dir alle da draußen erzählen. Darum geht es überhaupt nicht, weil mehr Arbeit ist keine Lösung. Du kannst nicht, wenn du zum Beispiel 10.000 Euro im Monat verdienst und du arbeitest 10 Stunden am Tag, dann kannst du nicht 20 Stunden am Tag arbeiten, um 20.000 zu verdienen. Du kannst auch nicht 40 Stunden am Tag arbeiten, um 40.000 zu verdienen, richtig? Das heißt, du musst was ganz anderes tun. Du brauchst eine komplett andere Strategie. Doch es gibt immer etwas, was zwischen dir und deinem Ziel steht. Und das sind sogenannte Limitationen oder Blockaden, was ich gerade schon gesagt habe. Was kann denn so eine Blockade sein? Blockade sitzen meistens im Bewusstsein oder im Unterbewusstsein, aber auch in der Zellinformation, also auch in unserem Körper. Jetzt sagst du vielleicht, ja Daniel, was erzählst du mir hier mit Zellinformationen? Kann doch gar nicht sein. Doch ganz einfach, stell dir mal Folgendes vor. Stell dir vor, unsere Zellen hätten keine Information. Dann wüsste die Augenzelle nicht, dass sie eine Augenzelle ist und deine Kniezelle wüsste nicht, dass sie eine Kniezelle ist und wir wären alle ein matschiger Brei, richtig? So, und das ist genau der Punkt. Auch solche Blockaden, Ängste, Sorgen, Zweifel, negative Glaubenssätze können sich auch im Körper festsetzen oder in dem Energiefeld. Was ist dein Energiefeld? Vielleicht hast du schon mal gehört, wir haben eine Aura, so eine bestimmte Anziehung hast du schon gehört, Gesetz der Anziehung. Und da in diesem Zusammenhang kommt oft auch die Aura, ja, so was wir ausstrahlen, ziehen wir an. Doch letztendlich ist die Aura nichts anderes als ein bestimmtes elektromagnetisches Feld, das von unserer Haut abgestrahlt wird. Das kann man nicht sehen. Okay, es gibt ein paar Menschen, die können sowas sehen, die meisten können es nicht sehen. Und diese Aura in diesem Fall, also dein Energiefeld, auch da können sich Blockaden absetzen. So, jetzt habe ich mich jahrelang gefragt und deswegen habe ich auch die Instant Change Methode entwickelt, weil ich mit ganz vielen Ausbildungen nicht weitergekommen bin. Ja, ich habe immer gemerkt, ich muss mit Menschen, wenn sie erfolgreich werden wollen, wenn sie gut verkaufen wollen, wenn sie, ja, oder wenn du in dem Fall ein Ziel hast, das du gerne erreichen möchtest, du möchtest ein großes Business aufbauen, du möchtest eine absolute Führungspersönlichkeit werden, du möchtest vielen Menschen mit einer bestimmten Sache helfen, dann geht es einfach darum, dass wir diese Limitation loswerden. Es geht nicht anders. So, diese Limitation, habe ich gerade schon gesagt, kann eine Angst sein, kann aber auch ein negativer Glaubenssatz sein. Was ist ein Glaubenssatz? Ein Glaubenssatz ist etwas, zum Beispiel, mein Opa hat mir damals immer gesagt, wo ich als kleines Kind noch war, hat er mir gesagt, Daniel, wenn du mal Geld verdienen willst, musst du dafür, na, du kennst den Spruch vielleicht, schwer und hart arbeiten, richtig? Das ist genau der Punkt. Du musst dafür schwer und hart arbeiten. Doch darum geht es nicht, dass wir immer nur schwer und hart arbeiten und wir können nicht härter arbeiten, um mehr Geld zu verdienen. Das hatten wir gerade schon, das Thema. So, ich bin aber aufgrund von diesem Glaubenssatz, der in mir drin war, ich habe ja gesagt, mein Opa hat recht, so, und bis zum sechsten, siebten Lebensjahr ging alles direkt ins Unterbewusstsein rein, weil unser Bewusstsein war noch gar nicht ausgeprägt. Also ist genau das in mein Bewusstsein, ja, in mein Bewusstsein und in mein Unterbewusstsein reingegangen. Und wie sahen die ersten neun Jahre meines Lebens aus? Wenn du ein bisschen verfolgt hast, was ich in den letzten Jahren gemacht habe oder vielleicht auch mal auf einem Training oder Seminar von mir war, so ein bisschen meine Story kennst, dann weißt du, die ersten neun Jahre meines Lebens habe ich damit verbringen müssen, ganz viel zu arbeiten und ganz wenig Geld zu verdienen. 14 Stunden am Tag gearbeitet für einen Betrag, der immer irgendwie so gereicht hat. Das waren die ersten neun Jahre meines Lebens. Das war der harte und steinige Weg. Und wenn du auf einem harten und steinigen Weg bist, dann kann ich dir nur eins sagen, nutze die Instant Change Methode. Ich möchte dir diese Methode vorstellen, damit du das Leben lebst, das du haben möchtest. Solche Blockaden, Ängste, Sorgen, Zweifel, negative Glaubenssätze, negative Erfahrungen auch, fallen von dir innerhalb von Minuten, ja manchmal sogar innerhalb von Sekunden ab. Wie wäre das für dich? Wie wäre das für dich, wenn die Handbremse endlich gelöst ist? Du merkst, du willst was tun, du willst was machen, aber irgendwas hält dich ab davon. Das sind genau diese unbewussten Limitationen. Und die können wir jetzt innerhalb von ein paar Minuten oder Sekunden lösen. Bist du dabei? Wollen wir es machen? Bist du bereit, mehr über diese sagenhafte Instant Change Methode zu erfahren? Ich kann dir nur eins sagen, die Instant Change hat mein Leben völlig verändert und das Leben von mittlerweile schon hunderten Menschen. Und ich kann dir nur eines sagen, hier unten ist ein Link, klick da drauf, sei dabei. Ich möchte dir ganz genau vorstellen, wie diese Instant Change Methode wirkt, was da genau funktioniert, wie das genau funktioniert, warum das so gut funktioniert, warum das nicht nur schnell ist, sondern auch nachhaltig, denn da draußen gibt es nichts, was so schnell und so nachhaltig die ganzen Erfolgsblockaden auflöst, wie die Instant Change Methode. Wie gesagt, ganz schnell und nachhaltig. Und ich zeige dir auch, wie du die Instant Change Methode lernen kannst, wenn du anderen Menschen damit helfen möchtest. Klick hier unten drauf, schnapp dir den Link unter dem Video, klick drauf, melde dich an zum Online-Seminar, denn in diesem Online-Seminar zeige ich dir ganz genau, wie ich diese Methode entwickelt habe und vor allem, wie sie dir hilft, deine Blockaden und Limitationen, die ganzen unbewussten Dinge mal loszuwerden, damit du richtig durchstarten kannst, damit es jetzt richtig abgeht bei dir. Lass uns das tun, lass uns das machen, get ready, sei bereit, ich freue mich auf dich, bis zum nächsten Video oder bis zum Online-Seminar. Ich freue mich drauf, wenn wir uns im Online-Seminar sehen. Dein Daniel.